Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in welchem ich Ihnen unsere innovativen Blaser-Flipcover zeige. Im speziellen hier unser Blaser-Okular-Flipcover. Das Okular-Flipcover ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Zur Montage wird die Klemmschraube vollständig geöffnet und das Flipcover kann anschließend von hinten auf das Okular aufgesteckt werden. Zur Fixierung wird anschließend nur noch die Klemmschraube arretiert. Neben dem hochwertigen Material zeichnet sich das Blaser-Okular-Flipcover vor allem durch den sehr großen Öffnungswinkel aus, sodass sich der Deckel nahezu flach auf das Zielfernrohr ablegt. Das hat vor allem den Vorteil, dass der geöffnete Deckel sich nicht im Sichtfeld befindet und beispielsweise freie Sicht auf die gute C-Plus besteht. Neben dem großen Öffnungswinkel des Blaser-Okular-Flipcovers gibt es aber noch ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal. Wir alle kennen die IC-Technologie unserer Blaser-Zielfernrohre, bei dem die Leuchteinheit in dem Zielfernrohr mit dem Spannschieber, der Blaser A8 oder der Blaser K95 kommuniziert und den Leuchtpunkt beim Spannen der Waffe automatisch in der vorher eingestellten Intensität anschaltet. In dem Blaser-Okular-Flipcover ist dies auch waffenunabhängig möglich. Bedeutet, in dem Deckel des Blaser-Okular-Flipcovers sitzt ein IC-Steuermodul, durch welches beim Öffnen des Deckels sich der Leuchtpunkt im Zielfernrohr automatisch in der vorher eingestellten Intensität anschalten lässt. Das kann man sich ungefähr so wie mit dem Kühlschrank vorstellen. Ist die Türe geschlossen, ist das Licht aus, geht die Türe auf, geht auch das Licht an und so lässt sich der Leuchtpunkt durch Öffnen des Deckels des Okular-Flipcovers steuern. Wird die IC-Funktion durch den Spannschieber der Blaser A8 oder Blaser K95 verwendet, kann das Steuermodul in unserem Deckel des Flipcovers ganz einfach durch Lösen der Klemmschraube entnommen werden. Somit bietet das Blaser-Okular-Flipcovers nicht nur den optimalen Schutz der Linse vor Verschmutzung, sondern auch eine innovative Lösung, um den Leuchtpunkt ihres Blaser-Ziefernrohrs praxisgerecht zu steuern. Neben dem Okular-Flipcover besitzt auch das Objektiv-Flipcover ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal, vor allem im Hinblick auf die Nachdenken. Und genau das schauen wir uns im nächsten Video an. Für mehr Informationen zu unseren Blaser-Flipcovern besuchen Sie unsere Homepage oder Ihren Fachhändler des Vertrauens. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020